servus grüß gott moin gute herzlich willkommen auf unserem kanal interessierst du dich für marine geschichte auch internationale marine geschichte dann lass gerne ein abo da gefällt dir unser video dann gibt uns einen daumen hoch naja ich kann es immer wieder betonen es ist sinnvoll wenn man sich für geschichte interessiert nicht nur zum beispiel für marine geschichte es bietet sich auch einmal bei der luftfahrt rein zu schnuppern oder bei der geschichte des heeres natürlich auch internationale geschichte also bei den briten amerikaner franzosen russen und japaner und was es da alles gibt italiener es macht also durchaus sinn also unlängst habe ich ein ganz interessantes buch gelesen gott oder ein flugzeug von kurt braz es handelt vom leben des ganz bekannten jagdfliegers oberst günther lützow schwerter träger zweiter offizier der mehr als 100 luftsieger erwangen sein vater friedrich lützow seines zeichens vize admiral war rundfunksprecher über ihn handelt unser heutiges video ich hoffe ihr erfahrt noch einiges neues in unserem beitrag also gute unterhaltung der name lützow hat in der preußisch deutschen geschichte einen guten klang ludwig adolf wilhelm freier von lützow 1782 bis 1834 war ein preußischer generalmajor und freiheitskämpfer er wurde als führer des lützowischen freiheitschorps in den befreiungskriegen berühmt in der kaiserlichen marine und in der kriegsmarine gab es mehrere große schiffe mit diesen namen das berühmteste war der schlachtkreuz der lützow das flaggschiff admiral hippes in der skagerag schlacht in der deutschen luftwaffe diente der spätere oberst und schwerter träger günther lützow der als zweiter flugzeugführer mehr als 100 luftsieger errang wir wollen uns mit dem vater des jagdfliegers vize admiral friedrich lützow heute befassen der spätere seeoffizier wurde am 31 august 1881 in neuendorf bei potsdam als drittes kind der eheleute friedrich hermann gottlieb lützow und dessen ehefrau luise johanna elisabeth geboren er besuchte von 1893 bis 1896 ein gymnasium in frankfurt oder danach bis 1899 eines in berlin zunächst wollte friedrich pastor werden wie sein vater sein älterer bruder hermann jedoch überzeugte ihn nach der reifen prüfung ihm in die kaiserliche marine zu folgen so trat er am 10 april 1899 als sekadet in die marine ein nach absolvierung der grundausbildung kam er auf das schulschiff charlotte lützow durchlief die übliche ausbildung zum seeoffizier und wurde am 27 september 1902 zum leutnant zur see ernannt seiner nächsten station waren die linienschiffe weißenburg und vettin bis er im herbst 1905 zur zweiten torpedo abteilung versetzt wurde dort war er zuerst wach offizier aber bereits ein jahr später kommandant eines torpedoboates der 26 jährige marine offizier muss bald als führer natur mit großem seetaktischen talent gegolten haben denn schon 1907 wurde er zur gerade entstehenden geheimen u-boot-waffe kommandiert deren operative grundlagen noch zu erarbeiten waren am ersten juli 1909 übernahm er u4 als kommandant dass er bis zum 3 april des folgenden jahres führte ungefähr zu dieser zeit wurde er von einer schweren seelischen krise niedergeworfen für die es nach heutiger erkenntnis keinen äußeren anlass gab beruflich und privat stand alles zum besten er war glücklich verheiratet und vater eines einjährigen sohnes der marine arzt diagnostizierte eine gemüts und nervenkrankheit und verordnete einen längeren sanatoriums aufenthalt gegen die depression die marine führung setzte weiterhin große hoffnung in ihn denn nach seiner rückkehr wurde er am ersten oktober 1911 an die kieler marine akademie kommandiert nach zwei bestandenen lehrgängen wurde kapitän leutnant lützow am 1 juli 1913 als navigationsoffizier auf den großen kreuzer victoria luise versetzt nach dem kriegsausbruch hatte das schiff die aufgabe das eindringen feindliche u-boote durch den belt in die ostsee zu verhindern dabei konnte lützow im oktober 1914 durch geschicktes manövrieren mehreren torpedos eines britischen u-bootes ausweichen und wurde im anschluss für diese tat mit dem eisernen kreuz zweiter klasse ausgezeichnet gegen ende des gleichen monats wurde er von fregatten kapitän hermann bauer dem führer der u-boote fdu zu seiner stammwaffe zurückgeholt zu beginn des krieges wurden die u-boote lediglich mit sicherungsaufgaben in der nordsee betraut bauer suchte einen fähigen ersten admiralstabsoffizier der seine offensiven vorstellung verstand und konsequent umsetzte friedrich lützow hielt er in der ganzen kaiserlichen marine für den am besten geeigneten mann für diese position gemeinsam entwickelten bauer und lützow eine strategie für die kriegsmäßige verwendung der u-boote im rahmen der seeblockade gegen großbritannien die sofort zu beachtlichen erfolgen führte operativ führten beide offiziere vom gefechtstand des befehlshabers in wilhelmshaven aus aber ebenso von bord des kleinen kreuzers hamburg der wie eine relais station möglichst nahe an den einsatzräumen der u-boote operierte an bord der hamburg nahm der inzwischen zum korvettenkapitän beförderte nützow an der skagarak schlacht teil während eines mehrstündigen nachtgefechts gegen britische kreuzer und zerstörer erhielt das deutsche schiff mehrere treffer die den kommandanten korvettenkapitän von gaudecker so schwer verwundeten dass er sein schiff nicht mehr führen konnte nützow obwohl selbst durch eine über ihm detonierende granate schwer gehör geschädigt sprang ein und brachte die bereits abgeschriebene hamburg mit 14 gefallenen 25 verwundeten und nur sieben knoten fahrt nach wilhelmshaven zurück diese tat brachte ihm das eiserne kreuz erster klasse und höchstes lob vom kaiser ein doch am tag der rückkehr ging der offizier mit seinen drei kindern auf ein lazarett schiff um den verbrannten und schwer verwundeten blumen kuchen und wein zu bringen am 16 märz 1917 wurde mit so noch immer erst admiralstabsoffizier im stab des fdu zugleich noch kommandant der hamburg die er danach bis zum 12 mai 1918 führen sollte ein tag später verließ er deutschland um in pola die erste unterseeboots flottille als chef zu übernehmen nach dem ende des krieges kam er am 15 dezember 1918 in den stab des befehlshabers der u-boote und danach bis zum 5 april 1919 zum stab des chefs der marine station der nordsee im anschluss war er leiter der schutz und abwehrgruppe in der admiralität zugleich dezernent in der kriegswissenschaftlichen abteilung marine archiv vom 21 februar 1922 war fregattenkapitän lützow chef des stabes der marine station der nordsee um am 27 september 1924 erneut die hamburg als kommandant zu übernehmen dem inzwischen zum kapitän zur see beförderten seeoffizier sollte die besondere ehre zuteil werden den kreuzer auf einer großen auslandsreise zu führen doch lützow erlitt eine weitere depressive krise und sah sich dazu außer stande seine frau schrieb später zitat er war so frei vom ich dass er manchmal zu weit ging in selbstlosigkeit seine nervlichen zusammenbrüche hingen damit zusammen seine körperkräfte waren ohne grenzen aber die anfang 1925 trat er vom kommando zurück wurde aber nach erneuter überwindung der krankheit am 10 september des gleichen jahres von der marine führung die auf sein seetaktisches wissen und seine hochgeschätzten menschlichen qualität nicht verzichten wollte zum kommandeur der schiffstammdivision der nordsee ernannt am 31 märz 1929 wurde er mit dem dienstgrad eines charakterisierten konnte admirals entlassen nachdem er die letzten 18 monate seine karriere noch leiter der führer gehilfe ausbildung der marine gewesen war und damit einen großen teil der offiziere des späteren admiralstabs in die höhere kunst des see krieges eingeführt hatte anfang der 30er jahre hielt lützow vorträge in deutschland um 1936 als lehrer an die türkische marine akademie nach istanbul zu gehen nach ablauf des vertrages mit der türkischen regierung ende oktober 1939 kehrte er unverzüglich nach deutschland zurück um dem oberkommando der kriegsmarine okm seine reaktivierung anzubieten obwohl der admiral kein nationalsozialist war hielt er es dennoch für seine pflicht dem vaterland nach besten kräften zu helfen da man im okm die berichterstattung des propagandaministeriums über den seekrieg als völlig dilettantisch bewertete erhielt lützow einen festen sendeplatz am 19 dezember 1939 kommentierte konnte admiral friedrich lützow zum ersten mal im großdeutschen rundfunk die aktuelle kriegsentwicklung auf den weltmeeren er selbst sprach seine texte in deutsch und englisch weitere sprecher trugen sie auf französisch und afrikans vor von diesem termin ab war er dann jeden mittwoch von 19 uhr bis 19 uhr 15 unter dem titel seekrieg und seemacht weltweit zu hören die londoner times kommentierte umgehend zitat endlich ein sachkenner der den deutschen klar macht dass der seekrieg für sie hart werden wird zitat ende hervorragend unterstützte ihn bei dieser arbeit sein freund und ständiger mitarbeiter fregattenkapitän gustav petzold konsequent widersetzte sich der admiral den weltanschaulichen änderungsvorschlägen die das propagandaministerium regelmäßig wenige minuten vor sendebeginn durchsetzen wollte mit so sachliche darlegungen waren bald bei freund und feind äußerst populär etliche staatliche organisationen sowie wehrmachtseinheiten luden ihn zu vordrängen ein so dass er etwa 100 tage pro jahr unterwegs war zusätzlich war er ab 1943 noch chefredakteur der marinerundschau stets war sein ziel sobald er sprach eine in sich logische und vernünftige analyse geschichtlicher und strategischer zusammenhänge abzuliefern hitler und der führerkult ließen ihn gleichgültig schmerzliche nachrichten verbreitete er über den äther so am 29 dezember 1943 zitat wir gedenken unserer kameraden die im heldenhaften kampf gegen eine feindliche übermacht den seemannstod starben die scharnhorst ist jetzt auf dem feld der ehre zitat ende das kriegsende erlebte friedrich schlützow als vizeadmiral zur verfügung zwei söhne waren gefallen der älteste als korvettenkapitän und chef der vierten stellboot flottille im herbst 1943 in der themse mündung der zweite als oberst und hoch dekorierter jagdflieger wenige wochen vor kriegsende in süddeutschland seine söhne bewunderten und verehrten ihren vater so schrieb günther der pilot einmal zitat alles was ich bin und so wie ich bin habe ich einzig und allein ihm zu verdanken zitat ende lange jahre nach ende des zweiten weltkrieges resümierte der admiral über die geschehnisse seit ende des ersten weltkrieges hielt er 1934 den krieg noch für unmöglich so stellte er jetzt fest dass in den strukturen und prozessen der europäischen politik seit 1918 ein neuer krieg angelegt gewesen sei auch ohne hitler wäre dieser konflikt ausgebrochen die deutsche niederlage sei unvermeidlich gewesen ebenso das durchhalten bis zum letzten vize admiral lützow starb am ersten november 1964 in zelle